hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen tag ein neues video in meinem kleinen bunten adventskalender ich hoffe er wird bunt und zwar weil wir ja schon im adventskalender sind und ich euch das versprochen habe wollte ich euch einfach nur mal schnell heute ist ein kurzes video ja ihr braucht heute nicht ewig vor dem bildschirm zu sitzen also nicht für mich ihr könnt alle anderen noch gucken wollte ich euch aber ganz gerne schnell mal meinen adventskalender heute vorstellen und zwar habe ich mir einen bestellt weil ich wollte nicht ohne sein und ich mag die schokoladenkalender hier nicht so gern deswegen habe ich mir einen bestellt und zwar das ist mein adventskalender und zwar ist der von qvc dem shopping wie klein das denn jetzt von qvc shopping kanal und ich habe ihn gesehen und ich habe mir gedacht er muss so haben weil das sind haufen beauty produkte drin und nicht nur gedöhnt proben so kleine die du irgendwie beim weiß ich nicht nachher geschmissen kriegs egal wo du hingehst sondern richtig coole probiergrößen und wie ihr seht der ist wirklich ziemlich groß hinten drauf steht wie bei eigentlich ein kalender das einzige negative was drin ist aber okay hier war der schön mit der schleife zusammengebunden ich habe ihn auch tatsächlich echt gelassen bis zum ersten fenster ich habe ihn nicht mal schleife aufgemacht und so sieht das gute stück aus riesig 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 ich kann man sieht mich nicht man sieht mich nicht und ja 24 türchen was ich geil finde weil normalerweise die amis ja erst am 25 ist möglich aufmachen ich habe schon viele kalender gesehen mit 25 fenstern aber der hat 24 ich bin ja auch happy damit und ja ich habe aufgemacht hier schon auf jeden fall nur eins und da war die probe drin beziehungsweise eigentlich nicht wirklich eine probe sondern und uno momento eigentlich ja eine kleine größe die man so kaufen kann und zwar würde die größe jetzt ich glaube 16 dollar kosten ja ich glaube 16 dollar ziemlich genau bei sephora da sind drin 15 milliliter jose marion organ oil ich liebe das zeug benutze sehr sehr gern so für den körper und sowas und ja das sind so alle größen quasi sind auch voll produkte drin also komplett produkte und damit bin ich sehr 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 happy und da kann ich auch auf schokolade verzichten bei schokolade kann ich mir so kaufen und dann ist sie halt einfach so genau das eben heute mein video mein adventskalender schreibt mir doch einfach mal unten in die infobox nicht in die infobox schreibt mir doch unten einfach mal in die kommentare was habt ihr für kalender habt ihr eher schokalender oder selbst gebastelte kalender ist ja auch total riesig groß im trend ich habe auch gebastelt aber nicht kalender und es gibt keine kalender dieses jahr von mir gebastelt was die reserva hatte leo kalender gibt es habe ich auch schon gesehen muss man ja nicht fünf für sein oder ja stinknormale gekaufte 99 cent oder wie auch immer kalender schreibt sie einfach unten rein ich bin gespannt auf eure antworten und das war es dann für heute subscriben nicht vergessen und liken liken subscriben liken folgt mir bei facebook instagram und twitter unten in infobox und wir sehen uns dann morgen bis dahin macht's gut bye bye